Zwei 60er oder ein 120er Lüfter. Welcher ist effizienter für unseren Casper Miner? Die Originalblende machen wir ab. 3D gedruckter Aufsatz wird hier aufgeschraubt. So können wir den Casper Miner jetzt übertakten und die Temperatur bleibt im grünen Bereich. Bei den 60er Lüftern haben wir eine Geschwindigkeit von circa 1,4 Meter pro Sekunde. Das Blatt wird auch hier kaum abgestoßen. Jetzt probieren wir das gleiche mit dem 120er Lüfter. Wow, hier haben wir eine Geschwindigkeit von über 8 Meter pro Sekunde. Der Unterschied ist sehr deutlich, was für ein Gebläse. Der Casper Miner läuft mit 20 Volt. Deshalb nehmen wir hier 24 Volt Lüfter und schließen ihn direkt am Netzteil an. 3D Druckaufsätze, Casper Miner und Balkonkraftwerke mit Speicher für die Casper Miner, um die Stromkosten zu senken. Wir haben die Sachen aktuell vorrätig. Schnell sein könnte sich lohnen. Ab sofort noch viel mehr Videos zu solchen Themen, Krypto Miner, solche Zelte und Balkonkraftwerke mit Speicher. Wie man genau diese Sachen miteinander verbindet, abonnieren Sie, sonst weinen Sie.